Hallo und Willkommen hier in der 22. Folge bei... ... äh, äh, nicht bei Orch-Wax, aber bei Boostriver Gold. Ähm, ja, ich hoffe euch gefällt das hier. Was will der denn jetzt da? Ich hoffe euch gefällt das hier und, ähm, so. Wir sind hier gerade auf dem Weg querlicht die Stadt. Wir sind noch 16 Haltestellen, also haben noch ein bisschen was vor uns. Äh, ähm... Oh. Oh Mann ey, ich dachte, ich könnte hier... Das war jetzt gerade ein bisschen zick-zack-fahren hier. So, jetzt hier wieder links. So, jetzt hier wieder links. Oh, ne, er rutscht da aber echt weg. Aber das ist von der Physiker ja gut gemacht. Alter, das ist ja realistisch. Das würde ja in echt bei so einem Regen auch passieren. Waroh. Ein Seattle. Ach es. Tuna. Das war's. Als... ... ... ... ... Was ist das? Oh, ist das ja ein Wetter hier, ey. Kann es jetzt schon mal regnen hier? So, ich gehe wieder rechts. So, ich gehe jetzt hier schon wieder links. Mein Gott, links, rechts, links, rechts geht das hier. Ah, Mann, ich habe es mir gedacht. Vamos in der Perspektive. Oh, Mann. Das war ja jetzt einwandvoll. Oh, Mann. 9,5 Stunden fahren wir zu dessen, ist besser. Wo oben fliegt ein Helikopter. Von lang an. Mein Gott, das war doch oben. Also, die Abendpillen, die sind ein Drama. Oh, Mann. Ich bin Gott. Abendpillen, das ist ein Wetter. Wie? Keinen. 幾 모르 structur Л Was? Nein, das darf jetzt aber nicht mehr so lange dauern, jetzt müsste der Wald auch da sein. Glaube ich zumindest. Weil es ja echt zigzaktische Stadt hier ist. Ich habe Termin in den Sausen, das wird es. Einer ist im Bus und einer verlässt den Bus. Also in 5 Minuten sind wir da, meint er. Schauen wir mal ob das stimmt. Oder ob wir irgendwie aufgehalten werden. Also in 5 Minuten sind wir im Bus. 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 Nächste Haltstelle. Ich will keine Ausstelle einsteigen. Nächste Haltstelle. Nächste Haltstelle. Nächste Haltstelle. So, jetzt kommt noch Totting und dann Terminals House unter das Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt fahr ich für einen Typen nach dem Terminal. Ist jetzt noch einer einziger drin. Wow, 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 ich bin ein bisschen schnell, ich bin ein bisschen schnell. Ich bin ein bisschen schnell, ich bin ein bisschen schnell. So, jetzt hier Terminals House. So, jetzt bin ich hier schon losgefahren. Ah, super. Das hab ich ja jetzt super hingeträgt. Aber wie gesagt, die Perspektive war einfach scheiße. Ja, 855 Punkte. Ja, goldenen Sternwetter. Ja, das ist doch hier super, ist das. So, als nächstes machen wir dann in der nächsten Folge die Fahrt hier. Just Justice for All hier. Machen wir den. Machen wir den. Mh. 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 Mh.